Nächster Halt Niendorf Nord Enthaltestelle Enthaltestelle, bitte alle aussteigen Ausstieg in Fahrtrichtung rechts This train terminates here All change please Please exit on the right hand side Nächster Halt Schippelsweg Ausstieg rechts Nächster Halt Joachim-Mehl-Straße Ausstieg rechts Nächster Halt Niendorf Markt Ausstieg links Nächster Halt Hagendel Ausstieg rechts Nächster Halt Hagenbecks Tierpark Ausstieg links Nächster Halt Lutherod-Straße Ausstieg links Nächster Halt Osterstraße Ausstieg rechts Nächster Halt Emilienstraße Ausstieg links Nächster Halt Christuskirche Ausstieg links Nächster Halt Schlumpf Übergang zur U3 Ausstieg links Nächster Halt Messehallen Übergang zum Messegelände Eingang Süd und Eingang Mitte Next Stop Messehallen Please exit here Please exit here for Exhibition Halls Entrance South and Entrance Central Ausstieg links Nächster Halt Gänsemarkt Ausstieg links Nächster Halt Jungfernstieg Übergang zur U1, U3, U4, S1, S3 zum Rathaus und zur Alster Touristik Next Stop Jungfernstieg Please exit here for Town Hall and Alster Boat Trips Dies ist ein Zug der Linie U2 in Richtung Niendorf Nord Ausstieg rechts Nächster Halt Hauptbahnhof Nord Übergang zur U1, U3 zu allen S-Bahnlinien und zum Regional- und Fernverkehr Next Stop Hauptbahnhof Nord Please exit here for Central Station Ausstieg rechts Nächster Halt Berliner Tor Übergang zur U3, S1 und S21 Ausstieg rechts Nächster Halt Burgstraße Ausstieg links Nächster Halt Hammerkirche Ausstieg links Nächster Halt Raues Haus Ausstieg rechts Nächster Halt Vorner Rennbahn Ausstieg links Nächster Halt Nächster Halt Legimstraße Ausstieg rechts Nächster Halt Billstedt Ausstieg links Nächster Halt Merkenstraße Ausstieg links Nächster Halt Steinfurter Allee Ausstieg rechts Nächster Halt Nächster Halt Mümmelmannsberg Endhaltestelle Endhaltestelle Bitte alle aussteigen Ausstieg in Fahrtrichtung links This train terminates here All change please Please exit on the left-hand side Endhaltestelle Endhaltestelle Endhaltestelle